60 Sekunden Selbstständigkeit, heute mit Kai Hesselmann. Was machst du denn, Kai? Ich bin Gründer von DealCircle, das ist ein Matchmaking-Tool für Unternehmensnachfolgen. Was ist denn das? Gute Frage. Im Grunde kannst du dir so vorstellen, wenn Unternehmensinhaber entscheiden, ihr Unternehmen irgendwann in die Ecke Hände geben zu wollen, über eine Nachfolge, über einen Verkauf, brauchen sie dafür meistens einen Berater. So, und dieser Berater, der nutzt dann Tools wie uns, um darüber passende Nachfolger für den Unternehmensverkauf zu finden. Okay, also, wenn ich eigentlich Bock habe auf Unternehmertum, aber nicht so der Gründertyp bin, mir aber vorstellen kann, ein Unternehmen zu übernehmen, dann kommt er zu euch. Exakt richtig. Und da darf man echt nicht unterschätzen, wie viele tausend Unternehmen jedes Jahr einen passenden Nachfolger suchen. Um es mal konkret zu machen, jedes Jahr stehen laut KfW bei fast 200.000 Unternehmen die Nachfolger an. Meistens altersbedingte Nachfolgen. Ungefähr die Hälfte davon innerhalb der Familie und die andere Hälfte außerhalb der Familie. Und außerhalb der Familie heißt ein Verkauf. Und dafür gibt es dann wirklich tausende Möglichkeiten, jedes Jahr sich über eine Unternehmensnachfolge selbstständig zu machen. Cool. Und diese Unternehmen, die verkauft werden, gibt es die in allen Größen? Ja, sogar ganz viele in einer ganz, ganz kleinen Größenordnung. Also es startet wirklich bei einem Ein-Mann-Betrieb, der auch irgendwann seinen Nachfolger vielleicht sucht. Die meisten Unternehmen haben so vielleicht fünf bis zwanzig Mitarbeiter. Es geht natürlich aber auch hoch zu sehr, sehr großen Betrieben. Im Endeffekt hängt es immer davon ab, wonach man selbst sucht und auch, wie natürlich das Budget ist für die Nachfolge. Cool. Und wann würdest du jemandem empfehlen, Unternehmensnachfolge anstatt von zu gründen? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Und jeder muss in sich hineinholen, ob er die eine zündende Gründer-Idee hat. Dann ist es vielleicht der richtige Weg, wenn man einen Markt ganz genau verstanden hat, wenn man ein Geschäftsmodell ganz genau verstanden hat, zu entscheiden, okay, ich probiere hier was Eigenes und ich gründe was Eigenes. Oder wenn das Unternehmergehen zwar vorhanden ist und man sein eigener Chef sein möchte, aber die zündende Idee fehlt, dann ist es vielleicht der richtige Weg, sich über eine bestehende Nachfolge, über ein bestehendes Unternehmen darüber eben zu verselbstständigen. Sehr cool. Aber wie bist du selber jetzt dazu gekommen, DealCircle zu gründen? Bei mir war es ein langer Weg. Ich war nicht der geborene Gründer und komme eigentlich eher aus der Finanzrichtung. Habe lange in der M&A und Private Equity-Branche gearbeitet und bei mir kam dann nach und nach das Gefühl auf, Mensch, gerade im Bereich der Unternehmensnachfolgen, gerade Nachfolge für kleine Unternehmen, da fehlt etwas im Markt. Ganz einfach deswegen, weil sehr, sehr viele Nachfolgeregelungen in Deutschland scheitern, weil eben nicht der eine passende Nachfolger gefunden wird und man zwar jahrelang sucht, aber nachher dann dieser Prozess scheitert. Und dieses Gefühl kam bei mir mehr und mehr auf, umso länger und umso intensiver ich im Private Equity-Markt unterwegs war. Und das wollte ich dann irgendwann genauer verstehen. Und als Ergebnis von diesem genauer Verstehen, von einem langen Interview-Prozess, kam dann irgendwann das Gefühl, Mensch, da scheint es echten Bedarf im Markt zu geben. Und jetzt habe ich als Berater oder als Investor ganz viele Jahre lang Leuten erzählt, wie sie ihren Job besser machen sollten. Jetzt scheine ich hier eine Idee zu haben, dann sollte ich es auch mal selbst probieren. Ja, cool. Und wie war das für dich? Das war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe zum Glück nicht alleine gegründet, sondern mit einem Mitgründer gemeinsam, mit dem ich vorher auch bereits sechs Jahre lang zusammen gearbeitet habe und auch diese Idee gemeinsam entwickelt habe. Das hilft, glaube ich, um gerade in den schweren Stunden, wo man vielleicht doch mal Zweifel hat, sich gegenseitig ein bisschen aufzurichten und kritische Fragen gemeinsam miteinander zu diskutieren. Aber natürlich ist es erstmal ein großer Schritt, einen gut bezahlten Job zu kündigen und dann ins Abenteuer zu gehen. Wir haben es aber bis heute nie bereut. Und warum habt ihr es nicht bereut? Was macht für euch dieses Unternehmer-Dasein so besonders? Ich glaube, es ist eine Mischung. Also zum einen ist es einfach für mich persönlich ein sehr, sehr erfüllendes Gefühl, selbst etwas aufbauen und kreieren zu können, zu sehen, wie ein kleines Unternehmen wächst und wie man eine Mannschaft, Mitarbeiter um sich herum schart, die die gleiche Vision teilen und die Lust haben, das gleiche Problem im Markt anzugehen. Und auf der anderen Seite genau diese Marktbrille ist natürlich der andere große Motivator, zu sehen, dass die Idee, die man mal irgendwann gehabt hat, dass sie auch wirklich eine Daseinsberechtigung im Markt hat und dass sie wirklich ein Problem für den Markt und für die Kunden löst. Cool. Du hast ja schon angesprochen, dass es auch mal schwierige Momente gab. Wie seid ihr damit umgegangen? Schwierige Momente gibt es auf ganz vielen Ebenen jeden Tag. Das können kleinere oder größere Problemchen sein, wo man jeden Tag irgendwo mit umgehen muss. Davon lässt man sich idealerweise nicht verrückt machen, sondern versucht einzustetzen, wie kritisch ist das Thema jetzt wirklich und wie schnell oder bei welchem Weg ist es lösbar. Aber das Operative, das ist, glaube ich, immer mit dabei. Andere Konflikte hat man natürlich immer in der Vereinbarkeit zwischen Gründertum und Privatleben. Bei mir persönlich mit natürlich Frau und Familie. Ich habe drei Kinder. Das muss irgendwo unter einen Hut gebracht werden. Und da gibt es immer Kompromisse, die man eingehen muss und gemeinsame Rahmen, die man vereinbaren muss, dass auch weder die eine noch die andere Seite zu kurz kommt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, je nach Geschäftsmodell, gerade wenn man neu gründet, immer Themen wie Wie stark wachse ich? Wie finanziere ich das starke Wachstum? Hole ich mir dafür einen Investor ins Boot? Arbeite ich mit der Bank zusammen? Und da gibt es dann verschiedene Wege und verschiedene Herausforderungen, die mit dem Thema Finanzierung und Wachstum einhergehen. Cool. Und wie managst ihr das zu zweit? Auf der operativen Ebene, meinst du? Nee, auch einfach, wie ihr euch gegenseitig unterstützt. Also du hast ja schon gesagt, dass du es sehr schätzt, einen Mitgründer zu haben. Was macht es besonders? Ich glaube, wir beide sind sehr, sehr komplementär zueinander. Wir haben zwar vom Hintergrund her leider, kann man fast sagen, ein ähnliches Skillset. Wir sind beide dumme BWLer ohne großen IT-Hintergrund, was nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man ein Matchmaking-Tool versucht aufzubauen. Da brauchten wir sehr schnell externe Hilfe. Aber als Typen sind wir sehr komplementär zueinander. Ich bin vielleicht etwas risikofreudiger, er ist etwas konservativer. Und ich glaube, diese Mischung hat uns einerseits schon vor einigen Dummheiten bewahrt, die ich vielleicht eingegangen wäre. Und auf der anderen Seite vielleicht auch ein paar Möglichkeiten beschert und Chancen kreiert, die er vielleicht so nicht gesehen hätte. Das heißt, das passt sehr gut. Und vor allen Dingen haben wir vor der Gründung bereits einige Jahre zusammengearbeitet. Das heißt, wir wussten beide, worauf wir uns einlassen. Wir wussten, dass wir uns aufeinander verlassen können. Wir wussten, wie der andere arbeitet. Und das hilft auch ungemein. Cool. Was bedeutet Selbstständigkeit für dich? Selbstständigkeit bedeutet für mich die große Freiheit, eigene Visionen umzusetzen und im Endeffekt auch sein eigener Herr zu sein. Und wenn man das Gefühl hat, Mensch, der Markt entwickelt sich in diese Richtung, dann sein eigenes Unternehmen in diese Richtung zu entwickeln. Auf der anderen Seite bedeutet es für mich auch, keine Ausreden zu haben. Wenn man Angestellter ist, hat man häufig die Ausrede, ja Mensch, unsere Strategie geht nicht auf und ich würde ja ganz anders oder mein Chef ist doof oder meine Kollegen sind doof und wenn ich nur könnte, so, wenn man selbstständig ist, dann muss man. Dann hat man diese Ausrede nicht. Aber das ist eben ungemein befriedigend, wenn es dann eben auch funktioniert. Sehr, sehr cool. Was würdest du den anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Es einfach zu probieren. Das klingt ja sehr einfach und auch vielleicht ein bisschen provokant. Ich glaube, jeder muss für sich ganz klar seinen Rahmen abstecken. Das heißt, in welches Risiko kann man sich privat stürzen, wenn man selbst was gründet? Das ist sicherlich anders, wenn man noch sehr jung ist, keine großen Verpflichtungen hat, vielleicht noch keine Familie hat, keine Immobilie hat, die man abzahlen muss. Dann sind die Risiken, die man eingehen kann, etwas größer. Und das ist anders. Als ich gegründet habe, hatte ich bereits zwei Kinder, eine Immobilie musste abgezahlt werden. Das heißt, irgendwelche Verpflichtungen und irgendwelche Fixkosten waren da. Trotzdem haben auch wir damals ganz genau überlegt, für welchen Zeitraum können wir das Abenteuer Gründertum eingehen? Welche Meilensteine sollten idealerweise, bei uns war das innerhalb von einem Jahr, erreicht sein? Das haben wir so als Budget, nenne ich es mal, gesetzt. Und wenn diese Meilensteine nicht erreicht gewesen wären, dann hätte ich eben was anderes machen müssen. Das heißt, ich glaube, da mit einer klaren Vision, um mit viel Leidenschaft zu starten, auf der einen Seite ist wichtig, auf der anderen Seite aber auch seine Rahmenbedingungen zu kennen, zu wissen, welche monatlichen Ausgaben habe ich, wie kann ich das covern, welche Ersparnisse habe ich, nehme ich vielleicht Gründergeld in Anspruch, was eben auch eine große Hilfe sein kann. Das sind, glaube ich, so die Startvoraussetzungen. Aber erstmal sollte man Bock drauf haben. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung. Sehr cool. Ganz herzlichen Dank, Kai. Und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. 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 Vielen Dank.